Die Lippenvergrößerung oder Lippenaufbau, Lippenunterspritzung, das ist das Thema heute und das auf eine natürliche Art und Weise. Deswegen wird es von uns auch immer durch Fachärzte für plastische, ästhetische Chirurgie durchgeführt, die alle mindestens 10 bis 15 Jahre Erfahrung haben und dann aus der Gruppe der Professoren und Privatdozenten stammen, ich inklusive und da sieht man, wie die Behandlung dann am Ende erfolgt und wie schön das Ergebnis sein kann, wenn man das an der richtigen Stelle injiziert und das Filtrum, den Amobogen sozusagen und die Lippenkontur sowie das Lippenrot in der richtigen Art und Weise unterspritzt und dann sieht man so ein schönes Ergebnis.